Das Wahldebakel von Thüringen hat die CDU in die Krise gestürzt. Am Montag trat Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zurück. Und nun der nächste Schlag für die Christdemokraten. In Thüringen hat die Partei massiv an Zustimmung verloren. In einer neuen Umfrage kam sie gerade noch auf 13 Prozent. Das ist ein Minus von 8,7 Punkten gegenüber der Landtagswahl vergangenes Jahr. Gewinner ist indes die Linke von Ex-Regierungschef Bodo Ramelow. Sie gewann im Vergleich zur Landtagswahl 8 Punkte dazu und käme wären jetzt Wahlen auf 39 Prozent. Die übrigen Parteien bleiben mehr oder minder stabil, wobei die FDP nicht mehr im Landtag vertreten wäre. Heißt, die bisherige Koalition aus Linken, SPD und Grünen hätte wieder eine Mehrheit. Die Thüringer CDU hatte bei der Ministerpräsidentenwahl gemeinsam mit der AfD für den FDP-Kandidaten Kemmerich gestimmt. Und das gegen den erklärten Willen Kramp-Karrenbauers. Ein deutliches Zeichen für ihren Mangel an Autorität und letztlich mit ausschlaggebend für ihren Rücktritt. Deutlich höheres Ansehen als Kramp-Karrenbauer genießt indes Bodo Ramelow. Laut der Umfrage sind 67 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden. Fast genauso viele hingegen, 65 Prozent, sind mit der Arbeit von Mike Mohring, dem thüringischen CDU-Chef, unzufrieden. Der gibt im Mai sein Amt als Fraktionschef im Landtag auf. Allerdings überstand er vergangener Woche in der Partei die Vertrauensfrage. Wie es nun weitergeht in Thüringen, wie an der Spitze der CDU, ist völlig offen.